Lange hat sie ein Geheimnis drum gemacht, jetzt will Sarah Lombardi ihre neue Liebe nicht mehr länger verstecken. Die 27-Jährige erlebt in den vergangenen Jahren eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach der Trennung von Pedro Lombardi im Herbst 2016 verliebt sich die Sängerin ein paar Mal. Die ganz große Liebe ist aber nicht dabei. Bis jetzt? Es könnte sein, dass Amor jetzt endlich mal wieder richtig zugeschlagen hat. Seit einigen Monaten ist Sarah mit dem Fußballer Julian Büscher zusammen. Erst halten sie ihre Liebe geheim, doch nun wollen sie sie offenbar mit der ganzen Welt teilen. Auf Instagram gewährt die Mutter des kleinen Alessio Einblicke in ihren Alltag. Wie empfohlen, verbringt auch die DSDS-Finalistin die meiste Zeit zu Hause. Allerdings nicht alleine. Mit dabei ist natürlich klein Alessio und ihr Julian. Gemeinsam vertreibt sich das Paar die Zeit beim Sport auf der Terrasse und auch der Haushalt wird gemeinsam erledigt. Hier wird klar, Sarah und Julian sind schon ein perfekt eingespieltes Team. Die Frühlingsgefühle sind im Hause Lombardi offensichtlich schon lange erwacht.